Funktionsübersicht von S-Health auf der Samsung Gear S2 Mit S-Health können Sie Ihr Wohlbefinden und Ihre Fitness überwachen. Achten Sie darauf, dass die Gear S2 für möglichst genaue Messergebnisse fest, jedoch nicht zu eng, sowie oberhalb Ihres Knöchels sitzt. Drücken Sie die Menü-Taste zum Start des Anwendungsbildschirms und gehen Sie zu S-Health. Auf dem ersten Bildschirm sehen Sie als Übersicht den 24-Stunden-Aktivitätstracker und nach Antippen des Displays weitere Details. Durch Drehen der Lünette gegen den Uhrzeigersinn gelangen Sie zu den Details der zurückliegenden Aktivitätsintervalle. Auf dem zweiten Bildschirm sehen Sie die aktuelle Anzahl der Schritte sowie Ihr aktuelles tägliches Schrittzahl-Ziel. Wie üblich gelangen Sie durch Antippen des angezeigten Wertes sowie durch Drehen der Lünette zu den Details. Der dritte Bildschirm ist der Trainingstracker. Mit Antippen des Pfeils starten Sie eine Aufzeichnung von Trainingsdaten. Wählen Sie anschließend die Form des Trainings aus, zum Beispiel Laufen. Drehen Sie die Lünette für die D- oder Aktivierung der Standortdaten gegen den Uhrzeigersinn. Durch Drehen mit dem Uhrzeigersinn legen Sie fest, ob Sie als Zielwert eine Dauer, eine Strecke, einen Kalorienverbrauch oder keinen Zielwert auswählen wollen. Auf dem vierten Bildschirm von S-Health finden Sie den Pulsmesser. Tippen Sie dort für eine sofortige Pulsmessung auf das Puls-Symbol. Auf dem fünften und sechsten Bildschirm können Sie festhalten, wie viel Wasser bzw. Kaffee Sie trinken. Auf dem letzten Blatt können Sie die Einstellungen vornehmen. Ihr Profil wurde von den Einstellungen in S-Health auf dem gekoppelten Smartphone übernommen, falls Sie diese dort bereits vorgenommen haben. Scrollen Sie durch das Einstellungsmenü, um weitere Anpassungen vorzunehmen, die dann auch in S-Health auf dem Smartphone übernommen werden. Vom Ziffernblatt aus gelangen Sie durch Drehen der Lünette zu den S-Health Widgets, um einzelne Funktionen direkt aufzurufen. Vom Ziffernblatt aus gelangen Sie durch Drehen der Lünette zu den S-Health-Symbol. 專eminismus in S-Health-Symbol S-Health-Fторы Im Debatten S-Health-Symbol Vom Ziffernblatt aus gelangen Sie durch wardrobe Vom Ziffernblatt aus gelangen Sie bei Tagespr 1927.